Eine neue Erziehungsmethode erobert Deutschland. Die Rede ist vom Free-Range-Parenting. Aber was soll das sein? Es handelt sich dabei um einen Erziehungsansatz, der Kinder mehr Freiheit ermöglicht. Free-Range-Parents vertrauen nämlich darauf, dass Kinder durch eigene Erfahrungen lernen. Statt ständiger Überwachung dürfen sie eigenständig handeln und Entscheidungen treffen. Die Philosophie dahinter ist, dass Kinder von Natur aus neugierig und lernfähig sind. Gibt man ihnen die Freiheit, ihrer Neugier nachzugehen, lernen sie nicht nur besser, sondern werden auch selbstständiger und selbstbewusster. Im Alltag bedeutet dies oft weniger durchgeplante Aktivitäten und mehr Zeit für freies Spielen und spontane Entscheidungen. Diese Form der eigenverantwortlichen Erziehung soll vor allem die Selbstständigkeit von Kindern fördern. Kritiker äußern, dass Kinder mit zu viel Freiheiten die Orientierung verlieren und so auf die schiefe Bahn geraten könnten. Dass es ihnen schlicht an Aufsicht fehlen könnte. Free-Range-Eltern jedoch überwachen ihre Kinder zwar weniger streng, bleiben aber mithilfe eines guten Gleichgewichts zwischen Freizeit und Schutz präsent.